Hallo zusammen. Ich habe mir bei meinem Sturz am 11. Juli nicht nur das Handgelenk gebrochen, sondern dummerweise ist auch noch meine Brille kaputt gegangen. Damit ich wieder etwas sehe, brauche ich eine neue Brille. Die kann ich jetzt abholen im Optik-Fachgeschäft Aschima vom Marc und der Madeleine Aschima im Vigierhof in Solothor. Wir müssen wissen, was diese zwei sind. Dann gehen wir hier rein. Und hier sind es meine zwei neuen Brille. Lux-Brille aus dem Optik-Fachgeschäft Aschima im Vigierhof in Solothor. Ja, dann legen wir sie doch einmal an, die neue Brille. Das ist die eine von beiden. Ich wollte ja gerade zwei neue Brille, damit ich etwas spielen kann. Das ist die eine. Und das ist die andere. Die eine hat einen kleinen Schalk und vielleicht etwas intellektueller daher. Und die hier ist etwas die formellere Brille. Und je nach Gelegenheit und Auftritt, kann ich dann wechseln zwischen dem einen und dem anderen. Stefan, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Alles Gute. Danke dir. Vielen Dank. Ich bin Stefan. Mach's gut. Und ein schönes Wochenende. Danke. Ich kann die hervorragende Beratung von Marc und Madeleine Aschima wirklich herzlich empfehlen. Die beiden betreiben hier ein Optiker-Fachgeschäft, wie es im Buch steht, wo der Kunde wirklich noch im Vordergrund steht und auch Beratung für Kontaktlinsen und Brille.